Stravete und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es etwas informativer zur Sache gehen. Es geht nämlich um Anmeldung bzw. Ummeldung von Autos in Bulgarien. Dazu auch noch zum Kauf von Autos in Bulgarien. Und da ihr hier auf unserem Kanal seid, gibt es auch noch so ein bisschen was Persönliches drumherum. Ich erzähle euch also heute, wie wir das gemacht haben bzw. hier erlebt haben, die Ummeldung von zwei Fahrzeugen. Als erstes Fahrzeug würde ich unseren Golf mal nehmen, das ist das letzte, was ich jetzt auch noch weiß. Der Wagen, den haben wir in Deutschland gekauft, natürlich mit deutscher Zulassung, mit deutschen Papieren etc. Den haben wir hier in Bulgarien auf uns dann angemeldet bzw. umgemeldet. Und als zweites Auto würde ich unseren UAS dann nehmen. Da ist der Unterschied, der UAS, der war schon hier in Bulgarien gemeldet und den mussten wir nur umschreiben lassen. Wir haben also diese zwei Fälle und zu Beginn gehe ich erstmal auf den Kauf von einem Auto ein. Beim Thema Autokauf bietet sich natürlich unser UAS an. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke euch das hier unten. Den Bus haben wir im Internet entdeckt und der stand im Dörfchen Katunzi. Das ist so das letzte Dörfchen, ganz unten links von Bulgarien. Also direkt dahinter, da war dann schon die griechische Grenze. Weiter weg von zu Hause, innerhalb von Bulgarien, konnte es eigentlich gar nicht sein. Also dahin sind gut sieben Stunden zu fahren, wenn man stramm durchfährt. Und da haben wir uns im Vorfeld schon gedacht, sieben Stunden hin und sieben Stunden zurück plus dann noch Notartermin. Darauf gehe ich jetzt nachher noch ein. Das ist eigentlich unmachbar. Also haben wir entschieden, wir fahren einen Tag vorher, bevor wir den Verkäufer treffen bzw. uns das Auto anschauen. Bleiben eine Nacht im Hotel und gucken dann am nächsten Tag gemütlich erstmal weiter. Wir sind also hier früher morgen losgefahren. Mit dabei war die Lena, mein Neffe aus Deutschland, der ist im Moment hier zu Besuch und unsere Freundin Nicole. Wir sind erstmal nach Sofia gefahren, da über Cityring und von dort aus dann weiter runter in den Süden und haben uns dann mal das Rila-Kloster angeschaut. Das ist so eine Ecke in Bulgarien, wo wir noch nie waren und da haben wir uns gedacht, wir gucken, was auf dem Weg ist. Und da war eben halt das Rila-Kloster mit so einem kleinen Umweg und das wollten wir uns unbedingt mal geben. Wir sind also erstmal durch so kleine Straßen kreuz und quer durch diesen Nationalpark dort gefahren. Und irgendwann kam eine Straßensperre. Polizei stand davor und dann blieb uns nichts anderes übrig, wenn wir das Rila-Kloster anschauen wollten. Wir sind dann da also auf dem Parkplatz und sind dann erstmal relativ weit durch den Wald gewandert. An dem Tag war es schön warm, die Sonne schien, man konnte so im T-Shirt rumlaufen, das war richtig klasse. Und wir sind dann weiter hochgelaufen durch den Wald. Und ja, es kam dann Schnee und Eis lag überall. Es war einfach wunderschön da zu laufen. Echt eine wunderschöne Natur dort und es hat eine ganze Ecke gedauert, bis wir doch beim Kloster dann endlich angekommen sind. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf dem Rückweg vom Kloster sind wir dann nicht wieder dieselbe Strecke durch. durch den Wald gelaufen, weil es war auch schon dunkel. Die Straße war mittlerweile dann frei und wir konnten die Straße dann auch vom Kloster wieder runterlaufen bis hin zu unserem Auto. Und da haben wir schon echt gemerkt, so, boah, scheiße. Die paar Kilometer, da taten uns schon echt die Knochen weh. Wir saßen ja auch schon den ganzen Tag im Auto. Von dort aus sind wir noch ein Stückchen weiter gefahren, nämlich in die Stadt Blagoevgrad. Und haben uns dort mal in einem Restaurant erstmal niedergelassen. Die kleine Pause dort, die haben wir auch echt ganz gut genossen. Und wir haben dann während dem Essen, beziehungsweise danach, haben wir dann ein bisschen mal online geschaut, was ist hier so an Hotels in der Nähe, was ist bezahlbar, was sieht ganz nett aus. Wir wollten ja jetzt auch nur da pennen. Haben ein nettes Hotel gefunden und da blieben wir dann auch eben über Nacht und sind dann am nächsten Morgen weiter. Dann kamen wir also irgendwann in Khatunzi an, haben den Verkäufer getroffen, wir haben uns das Büschchen angeschaut, sind natürlich auch ein bisschen gefahren und haben uns dann letzten Endes dafür entschlossen, diesen Bus wirklich zu kaufen. Und anders als in Deutschland muss man hier bei einem Autokauf zusammen mit dem Verkäufer zu einem Notar. Hä? Ja wirklich. Also nicht nur, wenn du ein Haus kaufst hier in Bulgarien, sondern auch, wenn du ein Auto kaufst. Wir sind ja nach wie vor deutsche Staatsbürger und haben unter anderem hier sowas. Den Reisepass, den mussten wir auch vorweisen beim Notar. Dazu brauchten wir beim Notar auch noch dieses hier. Das ist unsere bulgarische ID-Karte. Und ja, der Notar, der wusste halt eben dann Bescheid, wir sind deutsche Staatsbürger. Und als solcher hatten wir immer bis dato die Info, wenn man deutscher Staatsbürger ist und so ein Geschäft eben dann macht bei einem Notar, dann braucht man immer einen Übersetzer. Der Notar muss ja eben auch sicher gehen, dass wir als Nicht-Bulgaren eben auch alles verstehen, was in so einem Vertrag dann drin steht. Und so wurden wir eben auch gefragt, ob wir wissen, warum wir da sind. Da habe ich gesagt, ja klar, wir wollen ein Auto kaufen hier. Ja, wir konnten dann jedoch irgendwie glaubhaft darstellen, dass wir das alles verstehen und dass wir eben auch schon über vier Jahre hier in Bulgarien sind. Und man hat uns dann so durchgewunken. Also die Info, dass man hier generell immer als deutscher Staatsbürger bei einem Notar, bei einem Geschäft, beim Notar einen Übersetzer braucht, die können wir hiermit widerlegen. Zu dem Reisepass und der ID-Karte muss man beim Notar auch noch natürlich Geld dabei haben. Zum einen das Geld für den Verkäufer, zum anderen das Geld für den Notar. An Notargebühren haben wir bezahlt 200 Lever, sind umgerechnet etwa 100 Euro. Und in der Regel ist es so, dass die Kosten beim Notar immer vom Käufer übernommen werden. Und der Verkäufer bringt dann die Fahrzeugpapiere mit. Das sind zum einen die Unterlagen hier, das ist ein Fahrzeugbrief, schön laminiert. Und das ist ein Fahrzeugschein, auch schön laminiert. Warum gibt es denn so etwas in Deutschland nicht? Das ist doch toll. Dazu dann noch diese TÜV-Unterlagen, was eben alles zu einem Auto gehört. Dazu außerdem noch ein TÜV-Bescheid, dass der Notar sieht, da ist eben eine technische Überprüfung gemacht worden. Als weiteres sind die Versicherungsunterlagen, dass man sehen kann, dass eben nach wie vor für den Wagen eine Versicherung besteht. Und das letzte wäre dann ein Steuerbescheid, dass man sehen kann, dass für den Wagen eben nach wie vor Steuern bezahlt wurden. Dann wird beim Notar Geld hin und her geschoben. Es werden ein paar Unterschriften geleistet. Wir kriegen die Schlüssel und die Papiere, den ganzen Kram. Der Verkäufer, der kriegt sein Geld und dann ist man auch schon fertig. Das ist ein recht schneller Prozess da beim Notar. Kommen wir jetzt mal zur Ummeldung von den Autos. Als erstes fange ich mal an mit unserem UAS, der ja schon bulgarische Kennzeichen hatte. Mit dem Bus sind wir erstmal zum Kreis gefahren für die Ummeldung dort. Dann haben die die Papiere umgeschrieben. Wir haben also diesen Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief auf unseren Namen dann umgeschrieben. Das haben wir dann auch dort direkt bekommen. Das Ganze hat uns 30 Lever gekostet, also umgerechnet 15 Euro. Ich sage jetzt immer nur die Leverpreise. Ihr könnt immer den Wert so 1,95583 im Kopf haben, also Mark und Euro. Das kennt ihr bestimmt noch den Wert. Also 30 Lever sind 15 Euro. So, und den Rest mache ich jetzt nur noch in Leverpreisen. Okay, dann wurden wir beim Kreis noch gefragt, ob wir neue Kennzeichen haben wollen. Wir dürfen, ähnlich wie das in Deutschland auch ist, von einem anderen Bezirk, hätten wir hier auch mit dem Kennzeichen weiterfahren können. Und ich habe einfach so blauäugig gesagt, ja sicher, neue Kennzeichen, ohne jetzt zu wissen, was das kostet. Dann bekamen wir die Rechnung und tada, es kamen 16 Lever für zwei Nummernschilder. Dazu musste beim Kreis auch noch eine sogenannte technische Untersuchung gemacht werden. Bei uns wurde aber jetzt auch nur nachgeschaut, ob wir auch wirklich das Auto denn da jetzt vor Ort haben, was in den Papieren auch steht. Also man hat die Motornummer dann miteinander verglichen. Danach konnten wir dann zum Versicherungsbüro fahren und wir haben uns direkt die Versicherung ausgesucht, bei der der Wagen aktuell auch versichert war, einfach weil es einfacher war. Und wir haben sowieso keine direkten Ansprechpartner und dann dachten wir uns, komm, da nehmen wir eben dieselbe Gesellschaft. Da sind wir dann also hin mit all unseren frisch umgeschriebenen Unterlagen, haben das alles da auf den Tisch gelegt, haben gesagt, was wir wollten. Und wir haben hier nur eine Haftpflichtversicherung, haben wir immer nur gehabt. Auf eine Kaskoversicherung würde ich jetzt an der Stelle gar nicht eingehen. Die Haftpflichtversicherung, die kostet uns im Jahr ungefähr 200 Lever. Genauen Betrag habe ich jetzt nicht im Kopf, aber bei unserem Golf und bei unserem T4-Bus, da war das auch so, war alles so um die 200 Lever. War ein bisschen drüber, also alles okay. Das ist wie gesagt nur eine reine Haftpflichtversicherung und anders als in Deutschland gibt es hier in Bulgarien keine Schadensfreiheitsklassen, beziehungsweise die jeweiligen Prozente, die dann dahinter sind. Zusätzlich zu den aktuellen Versicherungspapieren bekommt man im Versicherungsbüro auch noch so einen kleinen Aufkleber mitgegeben. Den muss man vorne an der Frontscheibe platzieren und so sehen dann die Polizisten, die Beamten bei einer Polizeikontrolle direkt, ob denn für den Wagen noch aktuell eine Versicherung besteht. Anders als in Deutschland wird hier in Bulgarien diese technische Untersuchung, die richtige technische Untersuchung, die wird hier jedes Jahr gemacht. In Deutschland ist ja, soweit ich weiß, noch aktuell alle zwei Jahre hier in Bulgarien, jedes Jahr. Die ist dann doch etwas umfangreicher wie die Untersuchung, die wir da beim Kreis gemacht haben. Die machen dann auch schon eine Abgasmessung, gucken bei die Lichter, bei die Bremsanlage etc. Das ist alles schon ein bisschen umfangreicher. Die, wie gesagt, fällt einmal im Jahr an und bei uns war die letzte Untersuchung bei diesem UAS-Bus, die war im August. Folge dessen müssen wir jetzt auch kommenden August erst wieder dorthin. Diese Untersuchung kostet ungefähr 60 Lever. Also das sind die Posten, die man hat. Man hat die Ummeldung beim Kreis, man hat die Versicherung, die technische Untersuchung und als viertes kommt noch dazu eine Vignette. Eine Jahresvignette kostet hier in Bulgarien 97 Lever. Die muss man auch immer jedes Jahr haben. Unsere Vignette läuft auch, wie die technische Untersuchung, ein Jahr bis zum August. Und im August kaufen wir uns dann eine neue Vignette. Diese gibt es in der Regel bei der Post oder bei der Tankstelle und was weiß ich noch. Wir kaufen unsere bei der Post und jut. Das war jetzt das Beispiel mit einem bulgarischen Fahrzeug, mit bulgarischen Papieren, Kennzeichen etc. hier innerhalb von Bulgarien umschreiben. Als zweites Beispiel wollte ich ja noch erzählen, wie das ist mit einem deutschen Fahrzeug. Da nehme ich jetzt als Beispiel mal unseren Golf. Den haben wir wie gesagt aus Deutschland mitgebracht, mit deutschen Papieren, deutschen Kennzeichen etc. Und mit dem Fahrzeug ging es als allererstes zum Versicherungsbüro. Dort wurden die Unterlagen erstmal vorbereitet, aufbereitet, dann für den Kreis. Und jetzt kommt der Unterschied zu dem bulgarischen Fahrzeug. Wir mussten nämlich eine Ökotax, eine Eko-Tax mussten wir auch noch bezahlen. Das war bei dem Golf, ich meine so um die 500 Lever. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Also so ungefähr wird das gewesen sein. 500 Lever vielleicht ein bisschen drüber. Die muss natürlich dann an das Land bzw. an den Staat Bulgarien weitergegeben werden. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, wir haben das direkt beim Versicherungsbüro bezahlt. Nächster Unterschied jetzt zu dem bulgarischen Fahrzeug war die technische Untersuchung. Die haben wir dann auch beim Kreis gemacht. Und wenn man ein Auto quasi ins Land Bulgarien dann einführt, dann ist diese technische Untersuchung beim Kreis in unserem Fall jetzt auch etwas aufwendiger. Nach der Untersuchung haben wir dann auch für den Golf neue Nummernschilder bekommen und haben noch eine Vignette gekauft. Damit war der Wagen dann komplett auf uns umgemeldet mit Vignette, Versicherungsschutz etc. Und wenn jetzt aber vielleicht jemand aus Bulgarien ankommt und der dann sagt, bei uns sind Warner oder was weiß ich wo, war völlig anders. So viel anders kann es nicht gewesen sein. Wir sind immer noch in einem Land und das ist halt die Ummeldung, der Ummeldeprozess, so wie wir ihn erlebt haben, so wie wir ihn gemacht haben. Wenn ihr in Bulgarien lebt oder in Bulgarien leben wollt, dann müsst ihr vor diesem Ummeldeprozess bei einem Auto keine Angst haben. Weder beim Kreis noch bei der Untersuchung noch beim Versicherungsbüro und Vignette kaufen, kriegt man glaube ich auch so hin. Denn die Leute, in unserem Fall ist das so, da wird ein bisschen was Englisch gesprochen, ein bisschen was Russisch. Das meiste ist halt so mit unserem schlechten Bulgarisch, man kommt da irgendwie auch klar. Den Leuten ist auch klar, wenn du da am Schalter stehst, den Leuten ist auch klar, dass du jetzt keine Portion Fritten da bestellen willst. Wie so oft ist Vorbereitung eben alles, alle Unterlagen mitnehmen, das vorweisen, sich identifizieren und dann klappt das schon. Also man muss jetzt da nicht wie viel Geld für einen Auswanderungshelfer oder für einen Übersetzer ausgeben. Das sind Sachen, das schafft man wirklich auch alleine. Also das ist echt relativ einfach. Noch einfacher ist es übrigens, hier unseren Kanal zu abonnieren. Ja, ich weiß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ihr könnt unser Video teilen, wo immer ihr möchtet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dovich dann eh. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020